Was für ein versöhnlicher Wochenausklang. Wer hätte das gedacht, nachdem es doch zwischendurch mal so doof aussah und ich so viele Nachrichten bekommen habe. Oh Gott, ist das jetzt der große Crash. Müssen wir jetzt mit allem Schlimmen rechnen? Ist es jetzt das Ende des Abendlandes oder zumindest mal der Aktienkultur? Tatsächlich hat sich etwas ergeben, was zu Ende geht und das müssen wir uns gleich vielleicht mal angucken, beziehungsweise haben wir ja schon häufig gehört und wir müssen jetzt gleich mal gucken, was die Märkte daraus gemacht haben. Was geht zu Ende? Natürlich das Easy Money, das scheint dem Ende entgegen zu gehen. Noch ist nichts endgültig entschieden, aber die Ankündigung schon mal, dass im November darüber final gesprochen wird, dass es im Dezember dann beginnt, dass es dann im nächsten Jahr tatsächlich oder bis ins nächste Jahr hinein dann endgültig runtergefahren wird. Das gleiche mit Zinsen, nein nicht ganz das gleiche, aber dass die dann entsprechend angehoben werden, vielleicht schon im nächsten Jahr, wenn auch in der zweiten, stark weit hinten in der zweiten Hälfte, so die Ankündigung. Also ein Ende der aktuellen Situation in irgendeiner Form schon, wenn auch noch ein ganz schönes Stück bis dahin. Ebenfalls ein Ende ist der Immobilientraum in China. Wir haben das mit Evergrande, die Situation, dass wir ja im Moment gerade noch nicht so genau wissen, wohin das Ganze führt. Evergrande scheint zumindest mal aktuell unterstützt zu werden vom chinesischen Staat, von der Partei. Aber ob das wirklich die gesamte Krise, die Immobilienkrise, die dort vorherrscht, wirklich eindämmen kann, das werden wir noch sehen. Völlig egal, was Fakt ist, haben wir eh keine Ahnung, sind wir ganz ehrlich, die Marktteilnehmer fassen das positiv auf. Schöner kann man das im DAX gerade nicht darstellen. Der Markt ist wunderschön nach oben gegangen. Das war ein wunderschöner Anstieg seit dem 20. schon. Also insofern, ausgehend von dem Tief hervorragend. Jetzt sind wir gerade auf dem Abwärtsarm. Aber solange das in dieser normalen Größenverhältnisse ist, ich mache da nochmal so ein Fibo-Ding dahin, das könnt ihr dann selber mit nachvollziehen. Ihr seht, eigentlich müsste das sogar noch ein bisschen tiefer gehen, um es schön zu machen. Ich sage jetzt mal so, schick ist irgendwie sowas hier als eine Zielgröße. Ich habe es bewusst ein bisschen oberhalb der 38er Marke. Das sollte allerdings idealerweise schön wackelig sein. Ich muss gestehen, das wackelt doch auch schon hin und her. Ja, aber es ist halt überlappungsfrei bis jetzt. Also das heißt, hier haben wir eine Gegenbewegung, hier eine. Ich bin mir da noch gar nicht sicher, ob das das ist, was ich eigentlich gerne haben will. Eigentlich möchte ich doch schön ABC oder ebenso mehrfach überschneidend haben. Das ist es bisher noch nicht, weshalb ich mir sogar so gut noch vorstellen kann, dass wir irgendwie sowas kriegen. Dann geht es nochmal wackelig hoch ein bisschen und anschließend nochmal runter. Und auch dieses Bild wäre überhaupt gar kein Schaden für den bullischen Markt. Das wäre ja noch dann ausmaßgemäß ein wunderschöner Rücksetzer. Das heißt, auch wenn es jetzt nochmal um 100 oder 200 Punkte tiefer ginge, wäre das alles relativ harmlos und noch machbar als ein späterer Start für den nächsten Anstieg. Ob der dann allerdings wirklich bis 17, 18, 19, 20.000 reicht, das ist wiederum offen. Ich halte es nach wie vor für sehr realistisch, dass wir eben nur so ein bisschen hochgehen. Vielleicht hier die Allzeithochmarke etwas über der 16.000er, dass wir die nochmal toppen. Und dann werden wir erst dann entscheiden, ob es dann nochmal hier runter geht. 15.000 von unten gesehen oder ob er dann sagt, ach komm, jetzt sind wir da oben, jetzt laufen wir auch tapfer weiter. Aber das soll gar nicht das Thema aktuell sein. Nur das so als kleiner Hinweis. Den DAX müssen wir, glaube ich, vor dem Wochenende jetzt eh nicht mehr so ganz groß angucken. Aber ich weiß, dass viele drauf gucken und sagen, ich brauche eine Einschätzung, ich brauche eine Einschätzung. Ja, alles das, was wir bisher sehen, ich mache das Gekriegel nochmal weg, ist völlig safe, ist überhaupt nicht schlimm. Das passt noch. Also dieser Rücksetzer ist auch für das bullische Bild alles andere als kritisch. Nur, wenn wir jetzt hier durchfallen durch diese Kiste oder diese Kiste möglichst einwellig, also ohne, dass wir dieses Hin und Her, ihr erinnert euch, ohne diese Geschichte, wenn wir jetzt tatsächlich sagen, wir machen irgendwie vielleicht nochmal sowas, Moment, 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 er müsste doch in der Kiste irgendwo drehen, aber wenn er das nicht macht, wenn er da also durchfällt, dann wäre das bullische Bild kaputt. Fände ich nicht gut, weil dann hätte ich ein einigermaßen großes Problem zu erklären, was das ist. Sicherlich könnte man hier zur Not noch sagen, naja, dann muss es dann wohl dreiwellig sein, wenn auch sehr steil. Aber im Moment müssen wir es nicht drauf anlegen. Im Moment geht es darum, idealerweise nochmal da rein und dann von dort Wende, Trigger auf der Oberseite und dann können wir da long gehen. So, gucken wir auf die Amerikaner, denn für all diejenigen, die heute Intraday noch ein bisschen was machen wollen oder in den Abendstunden vielleicht nochmal sagen, Mensch, Freitagabend, da geht doch noch ein bisschen was, ist natürlich Amerika ein ganz heißer Renner. Und da sehe ich gerade beim Dow Jones, fangen wir mit dem mal an, überhaupt nichts, was nach unten strebt. Im Gegenteil, wir hatten ja den ersten Anstieg, wir hatten hier sehr, sehr wackelig hier zur Unterseite, die Fortsetzung hier nach oben, das ist zwar weitaus weniger ausgeprägt. Wenn ich es schön haben möchte, ich mag es lieber, wenn es so ein bisschen breiter ausgelegt ist, nicht ganz so harmlos wie hier. Aber wenn ich mir diese Bewegung angucke, wir hatten hier eine Gegenbewegung, hier hatten wir eine Gegenbewegung, diese hier latent überschneiden, naja, eigentlich, ja, also wirklich sehr latent, das ist ein bisschen Wagnis. Aber ich sage mal, immer noch eine realistische Chance, zumal diese viel flacher ist hier als das, was wir da vorne haben. Hier geht es jetzt weiter hoch. Also noch ist Aufwärtstrend angesagt. Es könnte durchaus, das halte ich für sehr realistisch, sowieso nach diesem Anstieg nochmal der letzte Arm jetzt kommen, sprich nochmal einmal höher. Also mich würde es nicht wundern, wenn der Markt jetzt nochmal Richtung 34.900, vielleicht auf 35.000 geht und dann werden wir sehen, was passiert. Nämlich, idealerweise, damit sich das wieder wunderschön aussehen lässt, dass wir dann eben genau die gleiche Korrektur, die ich beim DAX eben gerade beschrieben habe, die allerdings da noch eine Stufe später erst kommen sollte. Also wir sehen, dass die nicht 100% entzündigt sind. Es kann sein, dass die zeitlich ein bisschen versetzt sind, dass es so ineinander greift, die Rücksetzer noch. Das ist durchaus realistisch, ist durchaus möglich, aber dass wir dann das hier bekommen und auch hier dann, ah, hier vorne war ja dann der, dann hätten wir da die Fortsetzung nochmal und die Zielrichtung nochmal ein neues hoch zu bekommen. Das würde sich auch nicht beißen mit der Idee, dass wir eigentlich nochmal da unten rein müssten. Warum würde das sich nicht beißen? Weil natürlich die ganze Zeit schon hier Rücksetzer sind, die immer wieder überschneidend sind. Na gut, dann macht er halt nochmal einen höheren und geht dann erst runter. Oh, das wäre absolut noch realistisch und möglich. Also für uns ist es jetzt wichtig zu gucken, solange es die starken Bewegungen nach oben und möglichst wackelige nach unten gibt, ist da alles safe. Und wir können nochmal ganz zum Abschluss hier auf ein kürzerfristiges 5-Minuten-Bild zum Beispiel gucken. Naja, der sieht doch schon ganz gut aus und der sieht relativ wackelig aus. Also man könnte sich überlegen, sich da auch auf der Long-Seite triggern zu lassen, wenn er das entsprechend noch macht für die, die ganz kurzfristig unterwegs sind. Der S&P ist sehr, sehr ähnlich aufgestellt. Also man kann hier fast keinen Unterschied erkennen zwischen S&P und Dow. Was das angeht, die Quintessenz ist ähnlich. Also da gibt es auch nicht einen großen Unterschied, was das angeht. Das Einzige ist, dass das nicht so richtig korrektiv aussieht. Warum nicht? Wackelt doch auch. Ja, aber wir haben hier auch eine ganze Reihe Bewegungen, die überlappungsfrei sind. Vielleicht überschneiden die, vielleicht gehören die aber noch irgendwie zusammen oder sind intern. Ich weiß es noch nicht so genau. Aber trotz alledem, bärisch sieht das Bild tatsächlich nicht aus, spätestens seitdem das passiert ist. Und auch hier für alle Freunde des kurzfristigen Charts, wir gehen mal auf Minute mal einmal. Wenn wir eine starke Aufwärtsbewegung haben, eine möglichst wackelige hier, dann sind die Chancen nach oben relativ weit. Kleiner Wehmutstropfen, den wir hier haben, ist diese Bewegung, die wir hier haben, den kleinen Einbruch zwischendurch. Wenn das einwillig wäre, wäre es am schönsten, weil das wäre auf jeden Fall korrektiv. Und dann die Fortsetzung, Trigger hier bzw. da als mögliches Long-Beispiel. Der versaut so ein bisschen die Show, weil man eigentlich ja sagt, wieso jetzt dreiwellig hier hoch? Aber, das muss man auch fairerweise sagen, dreiwellig gibt es natürlich auch. Nämlich vorne drei Wellen, eine Korrektur, hinten drei Wellen. Stichwort wäre in dem Zusammenhang dann ein Double-Sick-Sack. Und auch Double-Sick-Sacks haben eine Chance, nochmal nach oben zu gehen. Also ich halte das für alles andere als abwegig. Aber ihr seht, ich bin mehr oder weniger jetzt aktuell eher auf der Suche nach der Aufwärtsrichtung. So, ist das beim Nasdaq genau das Gleiche? Das müssen wir uns auch hier mal im Nahkampf-Chart angucken, dass man es ein bisschen genauer sieht. Also hier ist es relativ ähnlich zu den anderen beiden. Allerdings sehen wir dann hier schon, dass anders als bei den anderen beiden die Aufwärtsrichtung weitaus weniger attraktiv ist. Viele Rücksetzer hier, also ihr seht den Rücksetzer, ihr den, viel Überschneidung und auch hier das, was danach folgt. Also insofern, der scheint noch nicht so richtig entschieden zu sein. Und noch anders als bei den anderen, wenn ich hier mal so gucke, die größten Korrekturen, diese hier ist sicherlich die größte und diese hier, die sind weit überlappungsfrei. Also hier würde ich sogar am ehesten noch sagen, oh vorsichtig, könnte das nicht sogar eine 1, 2, 3, 4, 5 sein. Also die stärkere Richtung nach unten, der ist noch so ein bisschen, ich weiß es nicht. Also da wäre ich am vorsichtigsten, ehrlich gesagt, um da eine Entscheidung zu fällen. Ich muss allerdings auch sagen, das ist von der Ausprägung, so von der Genauigkeit, wie der Kurs jetzt ist, nicht wirklich attraktiv für mich, um da jetzt aktiv zu sein. Also da eine konkrete Order reinzusetzen, ich weiß es nicht. Finde ich beide Richtungen irgendwo doof, da mich jetzt festzulegen. Vielleicht, wenn man wirklich glaubt zu müssen, dann könnte man sagen, auf der Oberseite, wenn er einen Zwischenhoch sich holt, auf der Unterseite, wenn er sich dieses Zwischentief hier holt, und dann wäre man zur Not für beide Seiten irgendwie engagiert. Aber es ist kein so sauberes Bild, damit das nicht ganz so perfekt ist. Oh Gott, ich rede 10 Minuten, das ist viel zu lang, deshalb lasse ich euch jetzt alleine. Übrigens diese Art und Weise, auf die Märkte zu gucken, das könnt ihr jederzeit auf alle möglichen Märkte anwenden. Wir machen das auch. Wenn ihr Lust auf mehr habt, dann meldet euch an, zum Beispiel bei Born for Trading, ihr könnt das ja kostenlos mal ausprobieren. Das ist völlig unkritisch, kriegt ihr solche Nachrichten und beziehungsweise auch ganz konkrete Trading-Ideen immer wieder auch aufs Smartphone geschickt und habt da nochmal einen Ansatz. Wer noch weiteres will, der ist natürlich auch mit dem Trade des Tages gut aufgestellt. Wer es noch nicht hat, ist eingeladen, das ebenfalls noch zu tun, um dann ebenfalls ganz konkrete Handelsideen mit den für uns entscheidenden Marken dann eben zu bekommen. So, in diesem Sinne euch alles Gute, ganz liebe Grüße, ein wunderschönes Wochenende. Falls wir uns nicht mehr hören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.